Münster, schön, dass ihr zuschaut. Herzlich Willkommen aus dem Radolfzeller Münster. Wir probieren unseren ersten Livestream. Ja, wir können jetzt gar nicht mehr so wie gewohnt zusammen musizieren, Gottesdienst feiern, singen. Und darum haben wir gedacht, machen wir es auf diese Art und Weise und singen mit euch ein wunderschönes Abendlied. Und da ich Familienangehörige in Kroatien habe, ganz besonders auch in Zagreb, und die heute Morgen ein unschönes Erlebnis hatten, nämlich das Erdbeben, wünsche ich all den Menschen dort alles Gute und dass sie diese schwere Zeit mit Corona natürlich, aber auch mit den Schäden jetzt gut überstehen und dass sie noch mehr zusammenhalten mögen. Wir singen gemeinsam, der Mond ist aufgegangen, Gotteslob Nummer 93. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zu Hause, wenn ihr mögt, mitsingt. Kräftig! Kräftig, damit wir das hören. Kräftig, damit wir das hören. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternen langen. Am Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wesen steiget. Der weiße Nebel wunderbar. Der Mond ist Harini. Der Mond istägig, damit wir das hören. Stille und in der Dämmung hülle, so traulich uns vor Ort. Als eine Stille kam, wo ihr des Tages jamme, verschlafen und vergessen sollt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seht ihr den Mond dort stehen? Hier ist nur alt zu sehen und ist auch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind ein. 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 Amen. 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 Wollst endlich Sonne klemmen, aus dieser Welt uns nehmen, durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen hast, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. Amen. 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 Amen.